hallo und herzlich willkommen hier ist Wattestalken hier auf dem Arsch wir werden mal sehen dass wir jetzt ein bisschen was an Lichtverdruck drauf bekommen Quark mal draußen das letzte mal ob der noch gut ist ich würde jetzt vielleicht mal Quark dazu nehmen dann wäre das nämlich glaube ich ein LKW voll Quark Maximum und bezeugen ich glaube ein paar Dinger bestanden dann noch Quark haben wir dann noch 44 LKW mal aufladen Platz schaffen für das nächste mal aufladen das macht jetzt 112 ich möchte jetzt zumindest versuchen mal möglichst viel auf einmal einer Sorte zu verkaufen da liegen mehr Wetter dran ne einige Sachen auf billige andere auf teure aber extra fahren deswegen würde ich auch nicht tun also wegen zwei Paletten so was macht 32 aber noch acht Stück acht Stück Paletten Typ Quark kürzen das man schnallen ich freue mich nicht mal es geht genau auf dann können wir später mal runter verkaufen oder Sahne oder Joghurt und Quark haben dann schon gut alle eine Hämme noch Milch ist ganz gut noch auch in der Palette da werden wir uns bald umkören müssen, Hochstoffe wieder auslagern, ausliefern in der Palette Kartons und sowas kann man hier woanders hin in der Palette knapp aus also wird noch reichen dann müssen wir aber erst bestimmt wieder irgendwo Holz machen muss man bald dran glauben ja, auch Bäume wer will da mein Park haben wer zahlt am besten also muss man echt gucken wir müssen Geld verdienen das Bier hat Klopapier hat gut Geld eingebracht 4.000 kann man sagen ok Fleisch, Wurst Quark Quark ja nicht so viel Molkerei Edeka 1007 und Aldi 1008 1830 Lidl dann fahren wir Lidl weil der Aldi mit weg ist so machen wir schon mal ich brauche an den Kühllaster normalerweise machen wir den Deckel zu die fährt mal an bei 32 Grad Außenratur ist eigentlich nicht ideal muss wieder aufladen scheinbar Gas und Speicher lecker gehen aufgeht zum Lidl mein Eye-Tracker hat sich abgeschaltet sehe ich gerade keep on cakes ich bin sowieso in letzter Zeit öfters ob da ein Problem wenn ein Treiber gibt ich weiß es nicht na die Folge werden wir überleben nächstes mal machen wir wieder neu aktivieren wir fahren mal zum Lidl dann haben wir noch Butter und Zeug Geld verdienen alles viel Milch von Thüringen also aktuell stelle ich habe hier Dünger her für Thüringen und Saatgut das mit ein bisschen Geld ein auch die Produktion dauert halt also bei 5 geht nicht so viel nachts haben wir wieder ein bisschen schneller vorspulen es sei denn kommt die Ernte dann geht die natürlich nicht ne wir müssen dichter ran also das ist zu weit weg wir müssen auf den Gehweg fahren das dürfte eigentlich ganz gut klappen alles drinnen aber dort wackelt auch bleibt mal schulden soll ich sagen den Rest ne da ist schuldenfrei dann holen wir uns in Istschwung der hintere macht er auch nicht leer das ist nicht gut wenn der Unterfällt können wir rüberheben ne oder machen wir das so gut möge das Geld in der Kasse klingeln ne auch noch so viel so holen wir die Butter gehen wir gleich rum und fahren gleich in die Richtung Richtung Molkerei Butter verkaufen und Sahne so da geht ja nicht so doll ja ich wünsche allen schönen Sonntag können wir da mal so ein ja Paletten man könnte schon mal ausliefern also überall ein bisschen mehr oder weniger ne ja 358.000 immerhin Molkerei ist aber auch viel mehr als nur gut da wollen wir zu sagen da haben wir nichts groß extrem gekauft ne also nichts von System wenn wir das Wasser kaufen theoretisch von System dann ist es kommt es weder Thüringen zugute noch der Marsch ne wo wir die Hopfen kaufen ist ja auch im Grunde ein naja nach Verlust nicht aber wie gesagt das ist billiger man produziert selber ne so hier brauchen wir jetzt die nächste Wahl und zwar wir kaufen Vollmilch Maximum mehr gibt es nicht 29 11 11 mal Butter diese 3 dann müssen wir hier nochmal 8 machen ne u3 passt ne eh eh nicht auch genau 8 dürfte jetzt hin ist das locker locker so wenn man mal voll voll so wer meistens folgt ich freue mich weniger mensch das kinder dann wäre noch mal sahne irgendwo ja auch kein vermögen nicht butter 1007 ja auch nichts auch nach edeka nur regional regional war leider können wir kein stück gut am parker fahren das hat man sagen okay wir lassen mal fahrzeuge fahren so los geht's rechnung edeka langsam lässt sich konzentration nach aber das mache ich ja immer so so können die autofahrer oder die kurs der frage voll durchfahren dort sind schon zweieinhalb stunden wieder ein tag geschafft in der marsch kettel und kopf zu folgen fertig dann müsste ich nur ein rechnerisch drei machen und bis nächste woche sonntag fertig zu haben das ist somit kein problem ich bin auch nicht ganz stolz hier heute abends umarm und esse ich habe frühstöcke gegessen nach so mehrter zeit ungefähr weil ein zu voller bauch macht mir schläflich so was machen wir jetzt wackelt alles wieder nur die erste reihe dann machen wir dichter ran fahren dann funktioniert auch denn das können wir uns ja nicht erlauben hier stehen zu lassen bei 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 33 grad hier nun aber das ist weiter vorne wieder aufladen drück hin vor aber jetzt aber jetzt klappt das auch jetzt fahren wir nochmal zurück und holen den rest butter äh sahne was haben die schon ein paar da habe ich ja gar nicht gesehen noch nicht aufgefallen ja ich bin jetzt hier auf dem arsch er lässt sich jetzt im zweiten jahr also locker vierfach seit frühling glaube ich ne vorher auf der einfach das kam glaube ich recht früh im januar sogar die ersten anfänge immer mal schauen ob ich auch schweine zum schlachten das eigentlich müssten wir hier da sein da muss ich dann wieder morgen sehen ja ja das ist fertig aber gut ich bin ja eh speichern spielbeenden dann ist ja eh eh entlassen äh und da lassen wir jetzt so stehen jetzt ist ja die aussage geplant nächste mal und das ist äh erst zum ja in drei tagen kann man sagen ne wollen sie betreiben ja mal zu sagen wenn ich nicht verkaufen würde hätten wir früher milch gehabt ne so mussten wir alles erstmal in gang bringen ne so Butter haben wir noch äh Karton und ne Karton nicht ich wollte Sahne und Joghurt ja Sahne Maximum 200 auch noch einmal 9 Stück Wahnsinn 1,1 Millionen wir hatten 800.000 Schulden gehabt muss aber dazu sagen wir hatten ganz kurz Dings gekauft Tropfen so das oder äh Minus 5 5 3 jetzt passt normalerweise ich kann seitdem ich jetzt mit 1 zahlgiert habe nur verrechnet nicht möglich wär auch egal ne ich kann es nicht ändern so so zockt war das Ding voll naja genau gepasst so jetzt fahren wir das hat sich jetzt überwiegend ja Sahne Butter Butter Edeka und Sahnebär auch Edeka Sahnebär Edel ne mal fahren wir Lidl ist egal ich glaube das nimmt sich nicht so viel Türii groß nachher im Baumarkt ja oder was Cement brauchen wir mal Cement Müsste ich jetzt Lügen um Cement da haben haha ich habe mich Cement lange Zeit nicht mehr darum gekümmert also irgendwo habe ich so viel zu tun aber da können wir ja die nächsten Tage immer hinfahren Sand und Kies waren nicht genug drin gewesen der Produktion Diesel könnte noch ein bisschen gefehlt haben Sand und Dings wird noch sicherlich genug da sein im Kieswerk da muss ich mal schauen da haben wir auch wieder mal einen Tag einlegen mit Rohstoff einfahren denn jetzt haben wir ja drei Tage Zeit bis zur Aussaat noch halt die ganzen Vorwärter zu arbeiten durchführen und dann dürfen wir halt ein nächstes Mal später und in der Tage schnell so mal gestalt die Butter verkaufen die Sahne und dann ja bis auch die Folge wieder zu Ende ne wie gesagt ein Stückchen so weit vorne kommen ein klein bisschen könnten wir eine 1,5 Millionen haben ne war doch schon mal ganz beruhigend ja bisschen verfahren ne hätte ich auch anders haben können ne oh egal ich sollte nicht nur rüber rein fahren das sind meine Rübe so gleich mal dicht her ran fahren rechts rüber und da sind wir so na das soll es auch für heute gewesen sein ich sage mal schönen Dank fürs reinschauen dann sei mal tschüss und winke winke ne und ich weiß nicht, wo wir uns dann morgen wieder zum Montag ne guck mal kurz was er noch Geld bringt das wollen wir ja alle wissen hier kannst du ein Kaugummi kaufen und dir auch die Bank ne wir brauchen keine Bank mehr da rasselt in der Kasse hier Zentrallager werde ich so nicht bauen weil rumpelbaren habe ich nicht dass ich da sammeln werde die bereich drei vier tage mal wir brücken einmal arbeiten und dann wie man sieht geht es hier ganz gut voran ne hier oder zeig und lesen mal bescheid viel Geld das bringt ich sag mal noch einen schönen Tag schönen Rest Sonntag ne morgen geht es weiter hier auf dem Arsch tue ich auch in Thüringen tschüss tschüss tschüss